So, hallo, wir machen weiter. Bei Fortnite, ähm, keine neue Mission oder so, nichts dergleichen. Wir müssten also noch das mit den Boogie-Bomben irgendwann erledigen. Aber ansonsten, achso, und... Was war noch? Ich vergesse das halt immer wieder, ne? Und... Ach ja, das... ja, einen... Einen dämlichen Setzling finden, an dem eine epische Frucht dran ist. Das wird doch wohl hinzukriegen sein. Ich glaube, es muss nicht mal episch sein. Ich glaube, es würde auch Dings reichen. Äh, Lila. Würde, glaube ich, auch reichen. Ähm, ja. Nee, aber so an sich. Damit gerade nichts zu tun. Also, nichts Spezielles zu tun. Das klingt immer so, als hätte man nichts zu tun. Aber es ist ja nichts, als hätte man nichts zu tun. Man hat nur nichts... Keine Spezialaufträge gerade, so. Man kann einfach tun, was man möchte. Ähm. Wir ziehen jetzt gleich mal hier in diese Gegend und gucken, ob wir vielleicht ein Bäumchen finden. Dann wäre das halt auch weg. Was wir natürlich nicht mehr machen müssen, ist jetzt Indiana Jones spielen. Das hat sich erledigt. Oh, das ist... Oh! Ja, weg ist die Mission. So ein Ding ist das. Ja, hervorragend. Ja, hervorragend. Gut, dass ich doch noch einen Part aufgenommen habe. Da haben wir nämlich gleich unseren Levelaufstieg mit Level 80. Da können wir eigentlich gleich aufhören. Eigentlich können wir gleich den Part beenden. Das ist schon mehr, als ich erreichen wollte. Sehr gut. Prima. Ähm. Gut. Ja, dann wäre jetzt noch die Buu-Bombe. Gott, was war denn das? Die Boogie-Bombe. Na, so Gegner mit Buu-Bombe zum Tanzen bringen. Könnte man mal noch versuchen. Ob sich da was hinzukriegen... Ob man da irgendwas... Findet. Oder so. Oh, wir hören Schüsse. Äh. Wir haben eigentlich... Das heißt, wir können das mal austauschen. So. Ah, das ist die gleiche. Nee, ist nicht die gleiche, oder? Stachle. Sehen wir auch, wer da schießt? Ich würde mich dazu ungern einmischen, weil ich eigentlich doch mit der Runde hier... Gerade recht zufrieden bin, so wie das hier losgeht. Uh. Vielleicht mal ersetzen. Ach, und da ist ja meine Buu-Bombe. Sehr gut. Jetzt will ich unbedingt testen, ob die bei Tieren auch reagiert. Also das ist mir ein... Ein riesiges Anliegen... Zu testen, ob Tiere auch tanzen, oder ob das bei Tieren auch zählt. Und die müssten doch hier in der Nähe, müssten doch sogar Tiere sein. Zumindest haben die hier immer gestresst. So. Was haben wir hier eigentlich? Kampfsturmgewehr. Okay. Da ist ein Tier. Okay, jetzt... Jetzt kommt der Test. Nein. Okay, gut. Dann haben wir eine Buu-Bombe verbraten und müssen noch zwei Leute mit einer Buu-Bombe zum Tanzen bringen. Das wird nicht ganz so leicht. Aber man muss es ja mal testen, nicht wahr? Da hinten ist einer. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay. Die Frage ist, bringen wir den zum Tanzen? Ah, der ist zu weit weg, ne? Das wird, glaube ich, nichts von hier aus. Oh, der ist ein bisschen... Wird ein bisschen gejagt. Na gut. Kriegen wir da irgendwas? Oh. Oh. Wo ist er? Kann's für mich. Mal weg machen, bevor das hier noch schief geht. Okay. Schön. Gleich einen Kill noch mitgenommen. So muss das. Und ein Tanz. Jetzt fehlt noch ein Tanz. Okay. Okay. Jetzt fehlt noch ein Tanz. Leider habe ich ja die andere Buu-Bombe an dem Wolf verbraten, aber wir mussten es halt mal testen, ne? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Okay, wenn wir die schon hören, kann man es auch noch mitnehmen. Und mehr Munition für diese Waffe, weil es ist natürlich klar, die epische Waffe, für die ist am sinnvollsten jetzt Zeug mitzunehmen. Oh. Da hören wir noch einen weiteren Kollegen, der... Oh, da oben kommt einer raus. Aber der wird jetzt auch nicht... Ah, ich weiß nicht, wo der ist. Wir haben ihn gehört, aber das war's dann auch schon. Oh, scheiße. Aber ich dachte, ich... Ich dachte, das gibt Fallschaden. Gab's aber nicht. Ey, es waren Schüsse und dann war's vorbei. Es gab kurz ein paar Schüsse und dann war's schon wieder vorbei. Ey, weil mit darf die Schnelle niemanden finden. Ja, mach die... Mach die böse Wurzel kaputt. Jawoll! Zack! Jetzt hast du es der Wurzel gegeben. Oh, wo? Scheiße. Oh. Hä, die haut ab. Das heißt, die hat nix. Dann klären wir das doch gleich so. Ich wollte jetzt zwar leider den Loot nicht mitnehmen, weil mir hier leider die Zone schon wieder am Hintern klebt. Aber Kills mitnehmen, immer. Immer her damit. Oh, shit. Das war hinter mir, ne? Ja, dein Fehler auf mich, auf dich aufmerksam zu machen. Dein Fehler, nicht meiner. Ach, das ist bloß Geld, ich dachte, das ist was anderes. Ja, hat's jetzt nicht gelohnt, dann nochmal reinzurennen, aber wir haben ja zum Glück genug Spray dabei. Und hier können wir uns noch ein Schild wieder aufladen. Perfekt. Sehr gut, ja, das war eine ordentliche Anzahl an Kills. Aber was mir aufgefallen ist, es ist mir eigentlich fast ein bisschen zu ruhig hier. Ähm, also ich meine jetzt spielerisch gesehen. Ach ne, das haben wir schon. Das können wir mitnehmen. Äh, spielerisch gesehen ist es mir ein bisschen zu ruhig hier. Ähm. Ich würde fast vorschlagen, wir machen hier auch unsere Kumo-Playlist rein. Die wird nicht immer passen. Oder anders ausgedacht, die wird vielleicht sogar eher sehr selten passen. Aber, also vielleicht wird man auch eine passendere Playlist so, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich... Ah, Pantha hatten wir schon drei Millionen Mal, glaube ich, angesprochen. Aber ist ja egal. Äh, ja, aber grundsätzlich... Nicht doof? Ach, die ist oben. Ne, hä? Ach, die ist da drin. Natürlich. Ja, aber grundsätzlich halte ich das für ne... Für ne ganz gute Idee. Werde ich nach der Runde, werde ich, glaube ich, mal die Kumo-Playlist reinschmeißen. Und dann könnt ihr ja sagen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Ich hab so das Gefühl einfach, dass es so ein bisschen zu... Ja, weiß ich nicht. Es ist zu still. Und grad... Oh, scheiße. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Zum Glück ist hier ein Auto. Na, und grad für... Für Leute, die jetzt nicht ganz so begeistert von Fortnite sind, aber trotzdem immer mal wieder einschalten. Ähm... Grad für die ist es dann vielleicht nicht schlecht, wenn zumindest ein bisschen was läuft, was sie gerne hören. Nice. Okay, so langsam wird der Treibstoff wenig. Ich sollte ein bisschen aufpassen, dass ich noch weit genug wegkomme. So, dass wir einfach mal ganz kurz das Auto wechseln. So. Wohpala. So, aber wir sind schon in der Zone angekommen. Ähm... Wenn das jetzt nicht ganz so das ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wo denn? Wollt grad sagen, bist du sicher, dass du die Zeit dafür hast, mich hier abzuschießen? Oh, shit! Das war gar nicht so schlecht geschossen. So, wir müssen uns jetzt dringend heilen. Nein! War der nicht kaputt? Das wollte ich nicht. Oh, du bist im Weg. So. Aber checkt ihr mich nicht? Hä? Mann! Geht's mir mal nicht auf den Keks hier. So. Okay. Zonentechnisch passt das ganz gut. Aber wo hat der hingesch... Ach, der hat auf das Tier geschossen, ne? Der wird auf das Tier geschossen haben. Ja, das ergibt Sinn. Ah, ich hab auf Boogie-Bombe gehofft. Leider keine Boogie-Bombe. Das können wir noch ersetzen. Okay. Aber so langsam wird's jetzt wieder enger. Wir haben richtig viele Leute in der Runde mitgenommen. Finde ich gut. Und jetzt haben wir auch ordentlich Munition für unsere legendäre Waffe. Okay. Du willst das wissen, ne? Okay. Okay. Scheiße. Der ist nicht... Der ist leider gut. Der ist leider gut. Das ist nicht gut, dass der gut ist. Bruder. Kann nur hoffen, dass ich den jetzt irgendwie da weggeschossen bekomme. Geh du mir mal nicht auf den Keks. Kommt da von hinten noch ein, oder was? Oh, Junge. Geh du mir jetzt mal nicht auf den Keks. Die sollen sich erstmal selber... Oh. Schlecht. Ah, so knapp. Schade. Es war echt knapp. Das hätten noch ein oder zwei Schüsse sein können. Schade. Aber ist in Ordnung. Gut, war ne erfolgreiche Runde. Das war ne richtig erfolgreiche Runde. So. Ich mach jetzt mal schnell die Cumulus Trailest rein. Und dann, äh, ja. Es muss halt irgendwas sein, was... Was sozusagen, na, hier, ähm... Lizenztechnisch funktioniert. Ja, dann kommt halt sowas. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So. Jetzt geht's mit Musik weiter. Und, äh, ja. Ja. Wir... Starten. Wo starten wir denn? Ach, ich weiß auch nicht. Komm, lass mal... Na, aber das ist so... Da ist so wenig zu tun. Ja, lass mal da rüber gehen. Nirgendwo. Nirgendwo. Na, ich weiß auch nicht. Ich hab... Ich hab keinen favorisierten Ort mehr, wo ich starten möchte. Muss ich gestehen. Bei Stani starte ich jetzt... Lande ich jetzt irgendwo, wo einfach schon ganz viele landen. Und das ist dann schlecht. Ja, lass mal hier bei dem Ding starten. Oh Gott. Oh Gott. Guckt euch die ganzen Fallschirme um mich herum an. Schwierig. Oh, ich hätte jetzt gerne einen Knopf zum Lied skippen. Weil das jetzt nicht so mein... Favorisiertes Lied. Für... Für die... Für dieses Spiel hier. Oh, scheiße. Da läuft schon einer rum. Wir hauen ab. Nee, das ist nur eine Harpune. Ich glaub, damit kann ich nicht kämpfen, ne? Bin mir nicht sicher. Das ist ne Waffe. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Sollen wir uns zu der Person begeben, die da rumläuft, ist jetzt die Frage. Ich schätze aber, die Person wird sich halt schon besser ausgerüstet haben mittlerweile. Auch Schild und so haben. Oh shit, aber... Ganz leise. Vielleicht können wir ihn oder sie überraschen. Nein! Nachladen! Oh Gott, das war super knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Und ich hab meine Boogie-Bombe. Da hab ich meine Boogie-Bombe. Eine hat er ja gerade selber verpfeffert. Die kann ich nicht mehr nutzen. So. Da kommt jemand die auch noch mit. Wer ist alles Harpune auf jeden Fall. Aber ansonsten noch nicht so optimal hier. Wir brauchen jetzt dringend... Ja. Genau sowas hier. Und das auch. Hoppala. Okay, Kondition ist schon voll. Gut. Ah, bessere Waffe. Her damit. Da vorne wird ein bisschen geschossen. Schritte. Oh. Okay. Rein da. Ah, ich hätte jetzt natürlich zum Tanzen... Ah, jetzt hab ich das Tanzen vergessen. Ja, das Tanzen hab ich gerade erfolgreich vergessen. Den hätte ich erstmal zum Tanzen bringen können. Naja. Egal. Wir sind... Dingstechnisch sind wir richtig, ne? Ja, okay. So. Ich höre Schüsse. Ich würde gerne jemanden zum Tanzen bringen, dass das weg ist. Weil ich immer... ...zur Sklave von diesen Missionen bin, gedanklich. Komm. Ist gerade mein... ...mein Pilzding kaputt... Oh... Ah, das Ding kann kaputt gehen. Das sieht ja auch lustig aus. Das wusste ich gar nicht. Das ist aber nur optisch. Das ist nur rein optisch. Die Schüsse sind in der Richtung. Und in der... Schritte. Oh, wichtig. Ist der über mir? Was ist der? Muss einer sein. Wir waren ganz laut, die Schritte. Nicht rutschen. Oh, um Gottes Willen. Ich sehe niemanden. Schade. Das ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg. Ich traue mich mal weiter vor. Da. Die haben mich noch nicht bemerkt. Nice. Jetzt hat er mich allerdings bemerkt. Nice. Oh, da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht nur, dass wir richtig viele Kills mitgenommen haben. Wir haben auch die Boogie-Dings-Missionen erledigt. Sehr, sehr schön. So, was können wir hier ersetzen? Das Revier können wir ersetzen. Bisschen Geld noch mitnehmen. Ah, wunderbar. So gestellt... So gefällt mir das. Da hinten läuft einer. Oder? Oder war das ein Schatten? Weiß ich nicht. Ich dachte, da war einer. Linkstechnisch sind wir gut. Okay, wir sind super. In der Zone. Sehr schön. Ich dachte, da wäre einer gewesen. Da. Da. Checkt er mich schon? Oh, der hat so'n Ding dabei. Wie viel Munition dafür haben wir? 13, okay. Ja, kann man schon mal mitnehmen, würde ich sagen. Okay. Weil man damit auch ganz gut gucken kann nach vorne. Wo was ist oder sein könnte oder so, ne? In der Richtung sind einige Schüsse. In der Richtung sind einige Schüsse. Aber wie gesagt, gerade bin ich voll auf, lieber Kills sammeln als ewig eine Runde spielen und keine Kills mitnehmen. Deswegen gehe ich voll auf Konfrontation. Je schneller wir die Kills zusammen haben, umso besser. So, wir sind außerhalb des Zonengebiets. Das heißt, die müssen auch gleich gerannt kommen, wenn sie sich da jetzt noch bekämpfen. Nice. Kann ich zwar nicht hin, aber ist ja egal. Wer schießt denn da? Und woher? Das muss doch jetzt mittlerweile in der Zone fast schon sein. Wo kommen die her? Da! Nein, ich will den Kill. Das war mein Kill, du Mistvieh. Na gut. So. Levelaufstieg! 81 schon. Wir sind im letzten Fünftel angekommen. Sehr, sehr gut. Also, wenn ich 100 als mein Ziel sehe, ne? So, Storyaufträge würde ich natürlich trotzdem weiterspielen wollen, wenn die dann mal kommen. 13 Leute noch. Hm. Schauen wir mal, wohin es dann gleich weiter geht. Oh, okay. Wir stehen gut. Wir stehen sehr gut. Alter, wie schlecht ich einfach manchmal im Schießen bin, ne? Zum Glück die auch. Zum Glück ist die TNTina auch schlecht im Schießen. Holy shit war das bad. Also, es tut mir echt leid. So. Man schämt sich ja schon wirklich. Also. Oh, aber ne neue, neue, neue Dings. So, sehr gut. Alles auf lila jetzt schon mittlerweile. Ah, wie schlecht war sie denn auch bitte? So, ich knall voll daneben und sie auch. Mann, Mann. Wahrscheinlich doch Bots. Ne, keine Ahnung. Dass ich das Schild verliere, ist nicht gut. Oh. Mensch, auf einem Tier. Da drüben. Trauen wir uns. Okay. Hat ihn jetzt nicht so interessiert. Oh. Oh. Brumm. Holy shit. Schade. Den hätte ich gut erwischen können. Da ist erstmal das Tier draufgegangen. Vorsichtig. Nicht ins Feuer rennen, aber das brennt schon nicht mehr. Ne. Brennphase ist vorbei. Okay, wir, 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 wir konzentrieren uns scheinbar auf die Ruinen. Wo wir angefangen haben, werden wir jetzt auch beenden, sozusagen. Ist der noch am Leben, den ich da im Auto... Oh. Schade. Mann, wieso... Komm, scheiß drauf. Deine Ernst? Nensch. Ruh. 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 Das war nicht so gut wahrscheinlich Scheiß drauf, den knall ich mir jetzt so Ach, da oben ist er hin Nicht gut. Ah, schade. Egal. Barscht. Okay. Schöne Runde. Schöne Runde. Kann man gleich bitte ins Menü zurück und gucken, was jetzt alles Sache ist. Sehr, sehr schön. Ja, wir arbeiten uns nach vorne. Wir arbeiten uns nach vorne. Alles gut. Okay. Mit Musik geht gleich alles besser. Nice. Wieder zwei Level. Perfekt. Sehr gut. Okay. Ähm. Achso, klar. Jetzt, wenn wir im Menü sind, dann sollte ich vielleicht das andere ausmachen. Ja. 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 Verstehe ich. So. Aber wir sind hier auch auf einem guten Weg. Guck mal. 23 mittlerweile schon. Ich glaube, wir haben jetzt 20 in den zwei, drei Runden gekillt. Finde ich gut. So kann es weitergehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Sì bleibe. Vielen Dank.